ARD Text im Auftrag von funk Hallo zusammen! Wir haben gerade dieses große Loch gebuddelt, damit ich ein Wasserrohr reparieren konnte. Kommt mit, Mechaniker! Wir machen euch sauber! Es ist schon bald Schlafenszeit! Danke für die tolle Arbeit, Eric! ARD Text im Auftrag von funk Alles sauber, Mechaniker! Ah! Oh! Keine Sorge, Mechaniker! Hier gibt es keine Skorpione! Ah! 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 Heiliger Schraubendreher! Ein riesiger Skorpion! Wartet! Ich weiß, was hier los ist! Kommt her, ihr Kleinen! Manchmal ist es anders, als man denkt! Oh! Haha! Zuerst sollten wir den ganzen Matsch von dir runterholen! Seht ihr, Mechaniker? Das ist kein riesiger Skorpion! Das ist unser Freund Eric! Oh! Jetzt sollten wir deinen Baggerarm reparieren! Fahrzeug raus! Wir reparieren was! Schraubendreher, Schlüssel! Währenddessen Reinen macht Spaß! Kommt schon, Mechaniker! Keine Zeit zu verlieren! Wir müssen Eric schnell reparieren! Die hydraulischen Kolben machen Eric sehr stark! Hihi! Mit diesen neuen retten wir seinen Tag! Du bist repariert und kannst wieder heim! Nur fall nicht nochmal in dieses Loch hinein! Hihi! Gute Arbeit, Mechaniker! Wir haben Eric wieder stark und kräftig gemacht! Vielen Dank! Tschüssi! Schön! Ah 곳ende Musik purposelyστε culpa Kannst du noch aufregeln? Es ist sch spelled! Tschüss!